Hallo, willkommen bei NewTag. Mein Name ist Tobias Kokemper, Regional Sales Manager für die DACH-EON zu Deutschland, Österreich, Schweiz. Wem das Thema NDI noch nicht bekannt ist, NDI ist quasi unser eigenes Protokoll, wo wir quasi 4K-Videosignale mit Tally, mit PTZ-Steuerung und Audio über Netzwerkkabel schicken. Wir haben hier ein kleines Beispiel aufgebaut. Wir haben hier quasi unseren TC2 Elite eingebaut. Wir haben hier unten einen Netgear-Switch. So könnte es quasi im Serverraum stehen. Ich habe quasi, nehmen wir mal an, wir haben eine Universität, da steht der im Keller. Ich habe in meinem Auditorium quasi dann einen TriCaster stehen oder ich habe einfach nur eine PTZ-Kamera angeschlossen und über NDI kann ich quasi von jedem Raum auf jedes Gerät zugreifen. Wir fangen an mit unserem TriCaster Mini. Der hat 8 NDI-Eingänge. Dann kommt der TC1, der hat 16 und hier unser Flaggschiff, der TC2 Elite, hat 32 NDI-Eingänge, aber zusätzlich noch 8 SDI-Eingänge und 8 SDI-Outputs. Wir können hier zum Beispiel Bauchbinden einfahren. Wir haben vier Festplatten-Player eingebaut. Wir haben integrierten Teleprompter. Wir können zum Beispiel direkt streamen ohne ein zusätzliches Gerät. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit Teams zu integrieren. Teams, Skype, Zoom. Wir können bis zu einem neuen Caller reinholen. Ich kann mir jeden Caller einzeln rausholen und als einzelne Input anlegen. Ich habe eine Talkback-Funktion. Zum Caller kann ich ihm vorher sagen, Achtung, du bist gleich live, dann geht er raus. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, das sieht man hier zum Beispiel, das nennt sich Live-Panel. Da greife ich quasi mit einem, nehmen wir mal an, einem iPad auf die IP zu von dem TriCaster. Ich kann mir vorher Makros anlegen und kann mir quasi einfach Buttons bauen. Das heißt quasi, ich sitze an einem Boardroom und der CEO der Firma hat einfach nur ein iPad in der Hand und kann über diese Makros quasi die Präsentation starten, die Kamera anwählen und schon geht's los. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Kommen Sie gern vorbei bei unserem Stand.